Kann ChatGPT Latein? Das ist doch eine wichtige Frage, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch hat nicht schon mal zu Hause oder im Unterricht ChatGPT oder Google-Übersetzer genutzt, um zu einer halbwegs brauchbaren Übersetzung zu kommen, die nicht nach Kauderwelsch klingt? Das ist auch grundsätzlich gar kein Problem. Ich will aber heute herausfinden, ob ChatGPT Latein versteht und auch selbst Latein denken und sprechen bzw. produzieren kann. Los geht's, wir schauen einfach mal. So, ich gebe jetzt mal ein. Locquerisne Latine. Und was kommt raus? Italoqui possum Latine. Quid possum tibi auxiliari. Naja, immerhin. Also ChatGPT scheint meine lateinische Anfrage, meinen lateinischen Befehl verstehen zu können und antwortet auch auf Latein. Der erste Satz, der ist durchaus verständlich. Der zweite, ja, ist vielleicht nicht so schön, aber doch, ergibt auch schon mal Sinn. Ich frage mal weiter, woher hat denn ChatGPT seine Lateinkenntnisse? Quaratione linguam latinam didicisti. Los geht's. Oh ja, da kommt ja schon einiges zusammen. Boah, so schnell kann ich gar nicht lesen. Also gehen wir mal durch. Ego tamquam maquina linguai. Linguam latinam non didicisti per se. Okay, wieder hat ChatGPT ziemlich schnell reagiert und wirklich langen, langen Text produziert. Also man merkt, da steckt wirklich künstliche Intelligenz dahinter. Man muss sagen, also auch die Formen scheinen so vom ersten Überblicken halbwegs richtig zu sein. Also er bildet Ut-Sätze mit Konjunktiv. Aber anscheinend nutzt ChatGPT auch ganz, ganz viele neu lateinische Vokabeln. Aber es werden auch viele Fehler gemacht. Ich gucke gerade hier im letzten Absatz mi, autem non sunt experientiai, vel memoriam praeteritam, falscher Akkusativ, der hier gesetzt wird. Hier wird also auch eine Menge Kauderwelsch produziert. Wir stellen mal eine etwas schwierige Frage. Moment. Quis scriptorum latinorum optimus est. Ich frage mal erst mal nach Optimus. Also wer ist der beste lateinische Schriftsteller? Und wieder legt ChatGPT los und produziert hier, oh sogar hier eine Liste mit drei Autoren. So, mal schauen. Was kommt denn hier? Den besten lateinischen Schriftsteller zu wählen ist schwer. Und dann kommt die Auflistung, Gewichtung, Cicero, Vergil und Cäsar. Das sieht erst mal ganz gut aus, aber auch hier fallen wieder so ein paar Grammatikfehler auf. Et philosophicas, Tractatus, Genusfehler. Auch so Formulierungen wie Carmina epicorum, die sind auch nicht richtig. Dann ist natürlich Celeberima dann auch das falsche Genus. Also, ChatGPT versteht, was ich meine und produziert sehr, sehr schnell einen lateinischen Text, der einiges Richtiges enthält, aber auch viele Grammatikfehler, unübliche Wortschatzwahl und insgesamt auch ziemlich hölzern klingt. Er nennt dann auch noch weitere Autoren wie Ovid, Horat, Stacitus, Livius und viele andere. Das deckt sich durchaus auch mit der Meinung in der klassischen Philologie. Also, das sind ja diese klassischen Autoren der sogenannten goldenen und silbernen Latinität, denen ihr auch höchstwahrscheinlich im Unterricht irgendwann einmal begegnen werdet. Ich kontrolliere jetzt hier nicht alles, was ChatGPT hier innerhalb von ein paar Millisekunden ausspuckt auf seine Richtigkeit, aber so der erste Eindruck ist doch schon durchaus beachtlich, was hier ChatGPT so ausspuckt. So, und jetzt versuche ich mal die Frage ein bisschen umzuformulieren. Ja, und wieder ChatGPT versteht die Anfrage und antwortet ganz, ganz schnell mit einem lateinischen Text, der auch gar nicht mal so kurz ist. Auch der richtige Konjunktiv immerhin im ersten Satz gesetzt. Aber auch schon Wörter wie Subjektiva, die sind unüblich und allenfalls im Neulateinischen zu finden. Also, es scheint, dass ChatGPT das ja maschinell lernt. Dem hat man ja Latein nicht beigebracht, sondern das lernt das selbstständig, indem es quasi mit Texten aus dem Internet gefüttert wird, dadurch Regeln aufbaut und auch sich ein Wortschatz aneignet. Und da müsste man natürlich gucken, welche Quellen überhaupt da genommen werden. Also, da werden sicherlich nicht nur die lateinischen Texte der Klassik genommen, sondern auch Mittellatein, neuzeitliches Latein und höchstwahrscheinlich auch alle anderen lateinischen Texte, die im Internet irgendwie rumschwirren. Also, auch wenn hier irgendwelche Leute auf Twitter lateinische Tweets absetzen, dann wird das höchstwahrscheinlich auch bei ChatGPT mit einfließen in das maschinelle Lernen. Und dann kommen dann halt solche Formulierungen wie resubjektiva heraus. Und dann sind dann natürlich auch, hier fällt mir auch gleich wieder ein Grammatikfehler ein, diese Parenthese nach Virgilium Poetai Romani, das ist dann natürlich der falsche Kasus. Das Ganze klingt danach, als würde dieses Programm einfach Deutsch oder Englisch denken und das Ganze dann wörtlich ins Lateinische übertragen. Nichtsdestotrotz findet man zum Beispiel auch typisch Lateinisches, wie zum Beispiel hier ein Hyperbaton. Ad multus sae colorum poster poetas. Ist natürlich überhaupt kein Latein, aber multus und poetas stehen hier in Sperrstellung als Hyperbaton. Das ist natürlich etwas typisch Lateinisches. Also, ChatGPT versucht hier spezifisch lateinische Wort- und Satzstellung nachzubilden, trotzdem noch mit sehr, sehr vielen Fehlern behaftet. Ich bin mal gespannt, ob ChatGPT eine Textstelle eines lateinischen Autors korrekt zuordnen kann, wenn ich das Ganze auf Latein eingebe und auf Latein auch die Frage stelle. Und dann kopiere ich jetzt einfach was raus aus der Latin Library, Anfang von Cäsars de Bello Gallico und ja, sofort richtig zugeordnet. Gut, da müsste natürlich ex-commentaris sein, aber hier folgt ChatGPT auch wieder modern Rechtschreib- und Grammatikregeln. A, Gaius Julius Caesar ist natürlich der falsche Kasus. Also, wieder richtig verstanden und hier haben wieder einiges Lateinisches Kauderwelsch produziert. Jetzt will ich natürlich wissen, ob ChatGPT diese Textstelle auch übersetzen kann. Das ist natürlich eine sehr bekannte Textstelle und dazu findet man natürlich auch sehr, sehr viele Übersetzungen schon im Internet. Wir geben es mal ein. Converte haic caesaris uerba in linguan theodiscan. In die deutsche Sprache übersetzt lauten Cäsars Worte wie folgt. Gallien ist insgesamt in drei Teilen, denen die eine von den Belgiern bewohnt wird, die andere von den Aquitanern. Und der dritte, okay, da wechselt er das Genus, die in ihrer Sprache gelten, unserer Schwange. Ja, also ich würde sagen, sinn erfasst, aber nicht ganz schön. Da merkt man, ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz, kann also Probleme lösen, aber nicht richtig denken. Das heißt, das, was da produziert wird, ist keine schöne Übersetzung. Darum geht es ja, wenn wir übersetzen, dass wir in die Zielsprache das Ganze nicht nur genau und richtig, sondern auch schön übertragen. Aber grundsätzlich funktioniert das. Das heißt, man kann natürlich lateinische Texte mit ChatGPT übersetzen lassen. Ob das Sinn macht, das will ich jetzt hier gar nicht erläutern und diskutieren, aber es funktioniert erstmal im Großen und Ganzen. Was mich wundert, was ich ganz witzig finde, ist, dass ChatGPT immer individuelle Antworten gibt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel noch einmal frage, Scriptorum Latinorum Quis Fuit Maximus, also die Frage habe ich ja schon mal gestellt, kommt tatsächlich eine andere Antwort als die erste. Usualita Scriptorum Latinorum Maximus Titus Livius Appellator. Okay, das ist mir jetzt neu. Ja, witzig. Interessant, dass hier wirklich nicht immer dasselbe rausgegeben wird. Wenn ich dem Computer einen Befehl gebe, einen und denselben Befehl, erwarte ich ja, dass dasselbe bei rauskommt. Und ChatGPT antwortet ja hier quasi so, als würden da unterschiedliche Personen hinterstehen mit unterschiedlichen Meinungen. Aber auch hier beim Überfliegen findet man so Fehler wie hier im Satz Opus Eius Principale, das ist auch ein Rechtschreibfehler und das Wort ist dann hier in dem Kontext eher ungewöhnlich. Und immerhin, Dignus hier im letzten Satz des ersten Absatzes mit dem richtigen Ablativ gebildet. Aber wie gesagt, auch viel Kauderwelsch dazwischen. So, jetzt geben wir mal ChatGPT eine Kreativaufgabe. Und zwar, so, an Epistulam wellem Scribas a Publio Cornelio Tacito ad Plinium II de Vesuvio Montes Eruptione. So, was kommt raus? Salve Plinius Sekunde. Okay. Also, ChatGPT soll jetzt einen Brief aus der Feder des Tacitus an Plinius, den Jüngeren, schreiben über den Ausbruch des Vesuvs. So einen Brief hätte ich gerne. Wir haben ja nur die Briefe von Plinius an Tacitus, aber nicht die von Tacitus an Plinius. Deswegen soll ChatGPT mir den einfach schreiben. So, was kommt raus? Oh, ziemlich lang, das Ganze. Und wir überfliegen es mal. Salve Plinius Sekunde. Das ist erstmal grammatisch falsch. Das Sekunde steht hier im Vokativ und Plinio anscheinend im Dativ oder so. Keine Ahnung. Den Dativ bräuchten wir bei der korrekten lateinischen Eröffnungsformel eines Briefes. Acitus Plinius su salutem dicet. So. Ah ja, das kommt ja gleich hier im zweiten Satz. Das ist ja mal hier eine nette Neuschöpfung von ChatGPT. Also auch hier wieder. Man kann es so ungefähr verstehen. Also man kann verstehen, was ChatGPT hier schreibt. Aber es kommen hier auch wirklich viele Fehler vor. Wie zum Beispiel Dionupa hier. Das ist natürlich Quatsch. Das ist in diesem Zusammenhang natürlich Quatsch. Einmal von den Vokabeln und solitai natürlich auch hier im falschen Genus. Wenn ich das hier so überfliege. Also wenn man es so überfliegt, dann kommt es einem erstmal lateinisch vor. Aber wenn man es dann genau überprüft, dann merkt man schon, dass dort sehr, sehr viele Fehler drin vorkommen. Wie zum Beispiel Lucim Solarium. Das soll das Sonnenlicht sein. Statt Lucim Solis. Und Sätze wie Tumuentus in nauem dirigebat, äum in medium, incendii. Wir verstehen es halbwegs, aber wir sind grammatisch schon sehr, sehr fehlerhaft. An alle Lateinstudenten, das wird euch nicht bei den deutsch-lacht-lareinischen Stilübungen helfen. Darauf könnt ihr euch auf keinen Fall verlassen. Das ist natürlich witzig. Hier der Abschluss. T. Cornelius Tacitus. Wir haben ja Publius Cornelius Tacitus eingegeben. Und er machte aus ihm jetzt ein Titus Cornelius Tacitus. Auweia. Naja, war ja ein Kreativauftrag. So, mich würde jetzt nochmal ganz zum Schluss interessieren, ob Chad GPT auch Dichtung kann. Los Catulli versus velen Convertas. E lingua Latina in linguam germanicam. Zack, copy-paste. Das berühmte Kussgedicht Carmen V von Catull. Und zack, übersetzt hier. Mal gucken. Lass uns leben, meine Lesbien und lieben und die Meinungen der strengen Alten als nur eine Münze bewerten. Okay, ich habe ja eben schon gesagt bei der Cäsar-Übersetzung, es ist kein schönes Deutsch, was da rauskommt. Aber grundsätzlich richtig. Ja, die Metaphern, die Sonnen können untergehen und wieder aufgehen, sind hier wörtlich übersetzt. Grundsätzlich ist der Sinn hier erfasst. Und hier gibt es auch noch eine lustige Anmerkung. Da Deutsch eine Sprache mit Flexion ist, könnte die wörtliche Übersetzung mancher Wörter leicht variieren. Ich habe versucht, den Sinn und das Gefühl des ursprünglichen Gedichts beizubehalten. Mensch, das ist hier sogar eine bewusste interpretatorische Entscheidung, die hier getroffen wurde. Interessant auch, dass Chad GPT hier als Ich schreibt. Tja, was machen wir jetzt? Kann Chad GPT Latein? Ich würde sagen, Chad GPT versteht Latein. Und kann Latein auch ziemlich ordentlich, also lateinische Originaltexte, ins Deutsche übersetzen. Dass das nicht unbedingt sinnvoll ist für den Schulgebrauch, um Latein zu lernen, auf solche Übersetzungen zurückzugreifen, das möchte ich mal an einer anderen Stelle diskutieren. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt Tausende, nein Hunderttausende lateinische Texte, die bislang noch unübersetzt sind, vor allen Dingen Mittel- und Neulateinische Texte. Da kann ich mir vorstellen, dass solche künstlichen Intelligenzen, die durch ihr maschinelles Lernen ja immer besser werden, Chad GPT ist ja erst quasi vor ein paar Monaten ohne Vorwarnung vom Himmel gefallen, die immer besser werden, dass sie dann tatsächlich eine Hilfestellung für die Forschung sein könnten, diese noch unerschlossenen Texte in einer ersten Rohfassung ins Deutsche zu übertragen. Und dann können sich dann die armen Doktoranden, die es sich in den Kopf gesetzt haben, irgendwelche abgelegenen neulateinischen Texte, die in irgendeiner Klosterbibliothek vermodern, ins Deutsche zu übertragen und mit einem wissenschaftlichen Kommentar versehen, dass das für die dann eine Hilfestellung ist, um danach eine tragfähige und schöne deutsche Übersetzung für eine Textausgabe zusammenzustellen. Also, Chad GPT wird auch in Lateinunterricht, in der lateinischen Forschung, in der Altphilologie sicherlich eine Rolle spielen. Gerade in Bibliotheken, bei der Digitalisierung von Texten, dann kann ich mir vorstellen, dass das durchaus sinnvoll ist. Das Latein, das Chad GPT produziert, das ist kein schönes Latein, das hat sehr, sehr viele Fehler, aber auch einiges Richtiges. Probiert es einfach mal aus, es ist irgendwie ganz witzig, aber man kann sich nicht darauf verlassen. Und vor allen Dingen können Schüler in der Regel nicht unterscheiden oder beurteilen, ob das, was Chad GPT hier jetzt liefert, korrekt ist oder nicht. Wenn ihr eure eigene Übersetzung korrigieren oder überprüfen wollt, dann spricht nichts dagegen, so etwas mal zu benutzen. Wenn ihr ansonsten mit eurer eigenen Übersetzung und dann vielleicht mit den Interpretationsaufgaben nicht weiterkommt. Aber sinnvoller ist es, erst einmal selbst zu übersetzen. Ich denke, auch in Zukunft wird Chad GPT oder andere Programme dieser Art nur eine Rolle als Hilfsmittel haben. Es wird nicht das Sprachenlernen, egal in welcher Sprache, ersetzen. Denn wenn wir diese Sprache lernen, dann lernen wir auch, uns in die Denkweise einer anderen Kultur hinein zu versetzen. Und das kann Chad GPT einfach nicht. Das merken wir hier vor allen Dingen, wenn zum Beispiel Redewendung oder Metaphern übertragen werden soll. Insgesamt ist es ganz witzig und es ist auf jeden Fall beachtlich, wie weit so ein Programm, das nur durch maschinelles Lernen, also quasi durch autodidaktisches Lernen lernt, hier eine tote Sprache quasi schon beherrscht. Probiert das mal mit dem Altgriechischen aus. Ich bin gespannt, wie da die Resultate sind. Was denkt ihr, wie werden Programme wie Chad GPT oder auch Google Übersetzer die Zukunft des Lateinunterrichts, beziehungsweise auch die Zukunft der philologischen Forschung beeinflussen? Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Genießt den Rest der Sommerferien. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Curate und Valeates.